Ich mach erst außen die Fotos. Ja, ja. Die etwas anderen Fan-Perspektive. Das ist sehr positiv. Und das hat sie auch ausgesagt, dass sie auf den Punkt, den sie konzentrieren können, aber gerade in Spielsituationen sehr selbstständig sind. Und heute, glaube ich, für jeden Fall der Masse im ersten Liga. Sie wollen sie nicht. 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 Sie wollen sie nicht.